Herzlich willkommen zu einer neuen Episode, diesmal eine Video-Episode und keine Podcast-Episode zur Objektorientierung und der Programmierung mit Java. Anfang dieses Semesters habe ich meinen Studierenden, also dem Sommersemester 2021, habe ich meinen Studierenden zur Motivation, wo der Kurs hinführen soll, eine Datei gezeigt, diese Fibonacci.java, die Sie gerade auf dem Bildschirm sehen. Das sind Java-Variationen, also verschiedene Arten und Weisen, wie man die Berechnung von Fibonacci-Zahlen in Java umsetzen kann, programmieren kann. Es sind sicher nicht die einzigen, da kann man sich durchaus noch mehrere Sachen einfallen lassen, aber es ist ein guter Zug durch die Gemeinde, was Sie in diesem Semester bei mir so alles gelernt haben können. Einmal in den Datenstrukturen, da werden Sie ein bisschen sehen, das ist hier schon etwas fortgeschritten, aber es ist anknüpfungsfähig an das, was Sie gemacht haben. Und dann auch an die strombasierte Programmierung bis hin zu Lambda-Ausdrücken in Java zu verwenden. Wenn Sie das hier nachvollziehen wollen, ich verlinke Ihnen diesen Code auch unter dem Video, in dem Begleittext. Sie finden das auf den GitHub-Gist von mir unter Denkspuren und dann Fibonacci.java. Schauen wir mal rein, wie das Ganze funktioniert und welche Varianten ich Ihnen hier so vorstelle. Erstmal, was sind die Fibonacci-Zahlen? Das ist ganz, ganz einfach. Interessanterweise ist aber die Berechnungsart, die Implementierung sehr entscheidend dafür, welche sogenannte Zeit- und Raumkomplexität Ihr Algorithmus hat. Also wie viel Speicher wird er verbrauchen und welche Laufzeit hat er. Aber erst noch mal zu den Fibonacci-Zahlen. Die erste Fibonacci-Zahl, die sei hier 0, die zweite 1 und jede weitere Fibonacci-Zahl berechnet sich aus der Summe der beiden vorhergehenden Zahlen. Also wenn Sie 0 und 1 addieren, ist also die folgende Fibonacci-Zahl eine 1. Wenn Sie 1 und 1 addieren, dann ist die folgende Fibonacci-Zahl eine 2. 1 und 2 ergibt 3, 2 und 3 ergibt 5, 3 und 5 ergibt 8 und so weiter. Diese ersten paar Fibonacci-Zahlen, der sogenannten Fibonacci-Folge, sind hier als Testdaten aufgenommen, um abzugleichen, dass meine Implementierung auch jedes Mal korrekt ist. Es ist streitbar, ob jetzt die 0 die erste Fibonacci-Zahl ist oder die 1. Wir setzen das mal so, dass 0 die erste Fibonacci-Zahl ist. Und Sie wissen, wenn wir als Informatikerinnen daran gehen, das durchzunummerieren, dann ist das für uns die 0. Fibonacci-Zahl. Das ist die erste, die zweite, dritte und so weiter. Also das ist typischerweise, wenn wir wissen wollen, was ist also die 0. Fibonacci-Zahl, bekommen wir eine 0 zurück, die erste dann eine 1, die zweite ist auch eine 1, die dritte eine 2 und so weiter und so fort. Wir können das mal gerade überprüfen. Die Implementierung, die ich mitgebracht habe, die läuft natürlich auch in der J-Shell. Und Sie sehen hier gerade das Fib-R. Das ist, haben wir gerade gesagt, die dritte, kommt dann die 2 zurück. Und sozusagen die 0. In Anführungszeichen, da kommt selbstverständlich die 0 zurück. Gucken wir uns eine sehr natürliche Art, die das, was ich Ihnen gerade beschrieben habe, also eine natürliche Art, anders umzusetzen, die die Beschreibung, die ich Ihnen eben gegeben habe, sehr wörtlich im Code auch so umsetzt. Also eine Fibonacci, Sie sehen hier R ist immer ein Kürzel dafür, um die verschiedenen Implementierungen zu unterscheiden. Hier also für rekursiv, also ein Selbstaufruf findet statt. Wir übergeben als Integer die Zahl, die wievielte Fibonacci-Zahl wir gerne haben möchten. Ein Long kommt immer zurück. Weil das muss man wissen, die Fibonacci-Zahlen, die steigen sehr schnell an. Das heißt, Sie bekommen, selbst wenn Sie noch mit Integer-Zahlen durchnummerieren, die Fibonacci-Zahlen, bekommen Sie schon sehr, sehr große Zahlenwerte zurück. Das heißt, es macht hier Sinn, Long-Zahlen zu nehmen als Datentyp. Es wäre natürlich auch noch so etwas wie Big Decimal oder so etwas sinnvoll, aber darum geht es hier nicht. Hier geht es um die verschiedenen Varianten, die wir haben. Wenn n kleiner gleich 1 ist, dann geben wir einfach n zurück. Ganz einfach, die Nullte gibt eine 0 und die Erste gibt eine 1. Und für alle weiteren Zahlen gilt die Rekursion, dass das Ergebnis dessen, was wir zu n haben wollen, nichts anderes ist als die Addition der vorhergehenden beiden Zahlen. Also wenn wir hier die Dritte haben wollen, was haben wir eben? 0, 1, 2, 3. Dann ist das nichts anderes als die Fibonacci-Zahl von den beiden davor. Also von den entsprechenden Berechnungen, die die Werte davor liefern. Und das machen wir einfach rekursiv und dann bekommen wir automatisch durch den rekursiven Abstieg das richtige Ergebnis raus. Das ist also die erste Implementierung. Sie können sich das hier oben erwähnte Video mal anschauen. Das verlinke ich Ihnen auch. Das Ihnen wunderschön erklärt, warum das von der Zeitkomplexität 2 hoch n ist und warum es von der Speicherkomplexität o von n ist. Hier sehen Sie noch, wie ich das Ganze teste. Ich baue ein Assert-Statement ein in meinen Code, erzeuge ein In-Stream von dem Range 0 bis Datenlänge, also hier mein Testdatensatz, und gucke, ich mache das hier in dem Fall mit Non-Match, könnte man auch ein bisschen anders machen, und ich vergleiche, ob es da irgendwie einen Unterschied gibt zwischen den berechneten Daten und dem Data-Satz, den ich hier vorgegeben habe. Und dann gibt es noch eine kleine Ausgabe. Die sehen Sie, haben Sie eben hier auf dem Bildschirm auch schon laufen sehen, die die ganzen Sachen mal austestet und auch anzeigt, was da als Ergebnis rauskommt. Das war also die erste Implementierung. Eine sehr, eine Implementierung, die das gesprochene Beschreiben des Algorithmus sehr eins zu eins direkt sehr nah übernimmt. Das Problem, warum dieser Algorithmus so zeitaufwendig ist beim Ablauf, ist, dass, wenn Sie hier fragen, Fibonacci von n minus 1, nehmen wir an, wir haben jetzt Fibonacci von 10, da müssen wir also Fibonacci von 9 und von 8 berechnen, und der 9er wird auch wieder den 8er aufrufen. Sie haben also haufenweise doppelte Aufrufe drin und die fressen Ihnen richtig, richtig viel Zeit weg, was Sie an diesem 2 hoch n hier von der Laufzeitkomplexität sehen. Man kann das dramatisch verbessern, indem man schon berechnete Werte einfach zwischenspeichert. Man sagt auch dazu cached oder hier heißt es Memorization, also eine Erinnerung mit einbaut. Ich übergebe hier in dieser Vorversion, bevor wir hier zu dem eigentlichen Call kommen, der das Feld schon aufbaut, ich übergebe also die Zahl n und dazu eine Variable, nämlich ein Array, die ich HashMap bezeichne, weil sie fungiert wie eine HashMap, ist aber tatsächlich ein Array aus Longs. Und was Sie sehen, wenn ich hier unten ein n von 10 aufrufe, dann muss mein Array aus den Longs 1 größer sein als das, damit das hier alles gut läuft. Wieder, wenn n kleiner gleich 1 ist, dann geben wir n zurück. Und ansonsten fragen wir, ist der HashMap-Wert ungleich 0? Das heißt, dann gibt es schon einen Eintrag dafür und dann liefern wir den zwischengespeicherten Wert ab. Wenn das nicht der Fall ist, dann berechnen wir den nächsten möglichen HashMap-Wert, auch wieder in diesem Long Array, indem wir diesen ganzen rekursiven Abstieg machen, wie wir das eben auch schon hatten, aber wir übergeben jedes Mal bei dem Aufruf auch das HashMap, also das Gedächtnis, mit den schon berechneten Werten. Und das führt dann dazu, dass wir beim Return das HashMap zurückgeben, das führt dazu, dass wir jetzt nicht mehr 2 hoch n als Laufzeitkomplexität haben, sondern eine komplett lineare Laufzeit, die Speicherkomplexität, die ist auch von n. Auch das testen wir wieder und es funktioniert. Eine andere Variante, dass wir zum Cachen eine echte Map nehmen, also die Datenstruktur Map. Hier ist natürlich das Interface genommen und wir bilden ein Integer auf einen Long ab. Und das nehmen wir einfach Memo für Memorization, also für das Gedächtnis. Und jetzt ist das Ganze, der ganze Rumpf, nur noch ein Einzeiler, was auch völlig faszinierend ist. Es gibt jetzt mit dem Memo die Möglichkeit, dieses Compute if absent zu machen. Also eigentlich wollen wir hier nur befragen, gibt es unter dem Eintrag meines Gedächtnisses, dieser Abbildung von Integer auf Long, einen Wert? Und wenn nicht, dann wird der neue Wert berechnet, ansonsten kann er zurückgegeben werden. Also das läuft dann auf diesen schönen Einzeiler hinaus, Einzeiler im Sinne, dass es nur eine einzige Anweisung im Rumpf gibt. Wir geben also n in dieses Compute if absent rein und wenn es dazu keinen gespeicherten Wert gibt in dieser Map, dann wird der nächste Wert einfach berechnet. Wieder das Gleiche, wenn die Zahl kleiner gleich 1 ist, dann geben wir die Zahl zurück. Ansonsten haben wir wieder das gleiche Verfahren wie eben auch schon. Wir berechnen einfach durch den rekursiven Abstieg den entsprechenden Zahlenwert und der wird dann hier in dieser Map gespeichert. Das muss man dann aufrufen, damit man wieder das gleiche Aufrufinterface hat. Das heißt, das muss man kapseln, dass man, wenn man diese Routine aufruft, dann möchte man ja auch nur wieder n übergeben und ruft dann intern die entsprechende Funktion auf. Hier FIP n mit dem n-Wert und man braucht natürlich eine Instanz für die Map und hier ist das Besondere, da können Sie mal nachschauen, unter den möglichen Implementierungen für Map, was man da nehmen kann. Hier sehen Sie, es gibt so etwas wie Concurrent Skip List Map. Mit einer anderen bekommen Sie das nicht hin, weil sonst auch der rekursive Abstieg nicht funktioniert. Also an der Stelle ist es einfach ein Nachgucken, Nachlesen, was da funktioniert. Wenn Sie mit anderen Map-Implementierungen arbeiten, wird das nicht gehen. Aber die Grundidee, dieselbe wie eben mit dem Array. Wieder wird das Ganze getestet mit dem gleichen Verfahren, wie ich das mit allen anderen auch mache und mache noch die Ausgabe dazu. Ein anderes Verfahren, auch sehr interessant, auch wieder effizient, macht folgendes. Wir haben wieder Fibonacci, int n und geben wieder long zurück und jetzt setzen wir eine Tabelle auf. Also diesmal bekommt diese Tabelle nicht die Aufgabe, wie ein Gedächtnis zu fungieren, was habe ich schon mal berechnet, sondern das Interessante ist, mit dieser Tabelle wird das Gedächtnis aufgebaut. Wir machen das um zwei länger, als wir eigentlich den n-Wert übergeben und wichtig zum Verständnis des Codes ist es, Table 1, also in diesem Array, ist der an dem Index 1, haben wir eine 1 reingesetzt und Sie dürfen hier nicht vergessen, das hätte man vielleicht besser auch noch hinschreiben sollen, dass Table 0 per Default auch 0 ist, wie alle anderen Werte in dieser Tabelle. Und die Vorschleife macht jetzt nichts anderes, als diese Tabelle durchzudurchlaufen und sie aufzubauen. Also wir gucken jetzt für i gleich 0, i kleiner n, laufen wir jetzt also die Tabelle durch und gucken jetzt, was ist für Table 1 und 2, der entsprechende Wert, und addieren uns das zusammen aus den Vorgängerwerten. Das ist im Grunde auch wieder genau das Fibonacci-Verfahren, aber es wird jetzt fortgesetzt ausgerechnet, was wir da brauchen. Und dann am Schluss geben wir nur noch den höchsten Wert in unserer Tabelle zurück, also den höchsten Wert in Anführungszeichen, also bis dort, wo wir hinlaufen sollten, das machen wir dann als Rückgabewert hier. Also ein ganz anderes Verfahren, statt uns also, das ist im Grunde, wenn wir oben hier nochmal hinschauen, dass im Grunde dieses Data-Array sich einfach zu berechnen, das hier sich zu erarbeiten, dann den entsprechenden Indexwert zurückzugeben, das passiert dort in dieser Routine. Also auch wieder ein interessanter Ansatz, wie man das lösen kann. Wieder folgt hier der Test und dann noch eine Ausgabe dafür. Jetzt sehen Sie eine Variante, die habe ich genannt und Steroids, also die ist wirklich hochperformant und verbraucht jetzt auch wieder zwar lineare Zeit, aber sie hat nur zwei Gedächtniszellen, mehr braucht sie nämlich gar nicht. Wir können jetzt natürlich, ohne dass wir mit so einer Tabelle arbeiten, einfach hingehen und folgendes machen, ich scrolle nochmal nach oben, was Sie hier sehen, dass ich I und J nehme, diese zwei Werte und die berechnen jetzt einfach den nächsten Wert und dann wird I und J entsprechend auf die nächsten zwei Werte gesetzt und dann kann ich den übernächsten. Das heißt also, statt eine Tabelle aufzufüllen, arbeite ich nur mit diesem kleinen Fenster von drei Werten, meine zwei aktuellen und der zukünftige und wenn man das ganz schlau macht, dann braucht man dafür nur zwei Variablen und das sehen Sie hier. Es wird also J auf 0 gesetzt, I wird auf N gesetzt und hier ist nur noch die kleine Frage, wenn N gleich 0 ist, dann wird auch 0 gesetzt, ansonsten auf 1. Das ist wichtig für den Abbruchfall, damit wir hier dann auch das richtige Ergebnis rauskriegen. Und jetzt laufen wir hier einfach runter mit N, also wir schauen, N ist größer gleich 2 und dann wird es dekrementiert und hier ist unsere Routine, die das macht, was ich Ihnen eben beschrieben habe, dass I und J sich hochzählen, dieses Fibonacci-Verfahren der Vorgängerzahlen zu dem nächstgrößeren Wert sich aufaddieren. Das muss man sich aber jetzt nochmal auf der Zunge zergehen lassen, das ist übrigens kein Code, den ich Ihnen so empfehlen würde, dass man den normalerweise so schreibt, weil er ist nicht gerade besonders lesbar, auch wenn er sehr kompakt daherkommt, aber er fordert so einiges beim Nachdenken. Einmal auch, dass Sie hier bei der Weilanweisung, bei der Bedingung im Kopf haben müssen, es wird erst N größer gleich 2 und danach erfolgt das Dekrementieren von N. Das also muss man auch noch im Kopf haben. Aber wie ist das mit I und J? Der neue Wert von I berechnet sich aus dem aktuellen Wert von J und dann, das ist ganz tricky, also der alte Wert von J und dann wird der noch aktuelle Wert von I auf J gesetzt für diesen Ausdruck auch zurückgegeben, sodass ich also J plus I berechne, das wird der neue Wert von I sein und habe gleichzeitig J auf den neuen Wert, also den damals noch, den eben noch gewesenen alten Wert von I zwischendurch gesetzt und das vorher schon abgerufen. Das ist also ein ganz trickiges, dass ich sozusagen ein Swap hier mache, die zwei Zahlenwerte, wenn man so möchte, fast anfangen zu tauschen, durchzureichen und gleichzeitig den neuen Wert berechne, das schauen wir uns mal ganz kurz auf der Konsole an, damit Sie das sehen, dass das tatsächlich so ist, wenn wir also jetzt int J gleich 0 machen und int I, sorry, und I gleich 1. Da haben wir genau diese Werte und gucken wir uns jetzt mal an, I ist gleich J plus J gleich I. Das heißt, wir würden jetzt erwarten, dass I und J zusammenaddiert werden, dass I also auch wieder 1 wird. Der Witz ist aber auch, dass J jetzt den alten Wert von I bekommt, wenn wir uns das nachschauen, also auch 1 ist. Wenn wir das wieder ausrechnen, wird jetzt I die Summe von I und J von eben noch sein, also 2 ergeben und das J wird auf 1 bleiben. Jetzt wieder das I, die Summe aus den beiden wird es ergeben und J nimmt den alten I, also den noch, den wir da sehen, den alten I-Wert an, die 2. Das ist also ziemlich tricky, sich das nochmal auszurechtig klar zu machen, wie in Java das funktioniert, wenn ich hier so einen Ausdruck habe, dass das hier also auf der linken Seite der Zuweisungswert ist und noch wird der alte Wert abgerufen. Hier wird J schon auf den neuen Wert gesetzt, nämlich den noch aktuellen von I und der wird dann verwendet, um J plus I zu rechnen und das wird dann der neue Wert von I werden und J bekommt, den gerade noch eben gewesenen. Habe aber davor, noch kurz vor, auf der linken Seite den alten Wert von J genommen. Also dieses Alt und Neu ist ziemlich ausgefuchst und es würde vielleicht im Production Code, also der jetzt verwendet wird, zum Beispiel in einer Umgebung einer Firma, wo mehrere Menschen daran programmieren, ist das vielleicht ein bisschen zu knifflig, da sagt man dann gerne, ja läuft doch, braucht doch keiner mehr zu verstehen, aber Code muss auch von Menschen verstanden werden, den würde ich also eventuell etwas umschreiben. Hier ist es natürlich einmal ein, dann nehmen wir es gerade einen didaktischen Effekt, dass man sich dem nochmal klar werden muss, was hier tatsächlich passiert und auf der anderen Seite ist nur mal ein bisschen kleine Hacking-Spielerei, es macht auch Spaß, sich solchen Code mal anzuschauen und den zu schreiben. Kommen wir zu der nächsten Implementierung, hier habe ich jetzt also folgendes gemacht, ich habe eine Klasse angelegt, die heißt FIP und die implementiert einen Iterator, das generisch angelegt ist, also jetzt spezifiziert wird, auf einen Long-Typen. Hier sehen Sie I und J auf die üblichen Werte, 1 und 0 gesetzt, ein Iterator implementiert genau diese zwei, na das stört immer, implementiert genau diese zwei Methoden, hasNext und Next. HasNext ist bei Fibonacci immer true, weil es gibt immer eine nächste Zahl noch. Wenn wir die nächste ausrechnen wollen, wieder Long kommt zurück, verwenden wir den Kniff von eben, dass wir das so elegant prägnant machen, wie gesagt, weil wir gerade mögen, so schön raffiniert Code zu schreiben. Jetzt haben wir also, wenn wir davon eine Instanz bilden, haben wir ein Objekt, was diesen Iterator implementiert. Das nutzen wir jetzt, um einen Strom zu bauen. Wir machen jetzt einen Fibonacci Supplier, das heißt, Supplier ist ein Lieferant von immer frischen neuen Werten. Das ist ein Long Stream und da sagen wir, wir haben gar kein, das ist jetzt ein Lambda Expression, wir haben jetzt gar keine Argumente, wir wollen am Schluss nichts anderes haben, als einen Long Stream, der ist zusammen gekettet, aus einem Long Stream, der nur aus den Werten 0 und 1 besteht, zu erahnen, das sind aus der Fibonacci Folge, die ersten zwei Zahlen und dann kommen alle weiteren und die generieren wir, indem wir einfach von einer Fibonacci Instanz, also dieser Klasse dort oben, die Next Methode aufrufen, also wir lassen uns hier schrittweise eins nach dem anderen generieren. Kann man auch noch ein bisschen anders machen, aber es ist nur ein Beispiel, wie das dann geht oder wie sie so etwas als Strom umsetzen können. Und jetzt mache ich noch eine Long Function, ein Fib Lambda, wo ich ein N übergebe, den Fib Supplier, den wir eben genommen haben mit Get, wo sie sagen, komm, gib mir deinen Strom, dann sagen wir, wir überspringen so und so viele Elemente in diesem Strom und geben dann das erste zurück, was dann übrig bleibt aus dem Strom und weil das eben auch ein Optional sein kann, sagen wir, hier gibt das bitte als Long Zahl zurück, sodass ein Aufruf dann so aussieht, dass wir Fib Lambda haben, Apply, das heißt, wende bitte an, zum Beispiel den 40er Zahlenwert und dann bekommen wir das Ergebnis. Das ist also genau das, genau das, was man sieht, wo ist meine Konsole abgeblieben, ich finde es gerade nicht, egal, das ist genau das, was Sie eben schon gesehen haben, wenn ich das Ganze ablaufen lasse, hier kann ich Sie auch gerade an dem Bildschirm zaubern, wenn wir die ganze Datei also ablaufen lassen, was ich eben gemacht habe, da sehen Sie, dass das alles erfolgreich durchläuft, nicht vergessen, dieses Minus R, Minus EA und das Open, sehen Sie auch das Fib Lambda, dass das so schön funktioniert, wir können das nochmal eben sehen, Fib Lambda und da müssen wir das Apply da nehmen, da hätten wir die 40 und läuft, wir können jetzt auch sehr große Werte berechnen lassen, 50 oder 60 weil das mit diesem Iterator funktioniert, der einfach immer vorne nach vorne guckt auf die nächsten zwei Werte ist das sehr performant, wenn Sie mit der rekursiven Lösung kämen, die wir anfangs uns angeschaut haben, dann würde die jetzt einfach sich verabschieden und rechnen und rechnen, das würde eine kleine Ewigkeit dauern. Das war's, was ich Ihnen hier zeigen wollte, dass Sie zu vielen Algorithmen sich sehr viele verschiedene Möglichkeiten vorstellen können, wie man etwas implementiert, hier am Beispiel der Berechnung der Fibonacci-Zahlen, hier geht es nicht darum, was ist besser oder schlechter, das haben wir insofern entschieden, die rekursive Variante, so sprechend sie ist, ist laufzeit intensiver, aber alle anderen Varianten hier sind sehr elegant, sie sind alle schnell, sie drücken aber gedanklich etwas anderes aus, was der Algorithmus intern macht und welche Datenstruktur er dazu aufbaut und darum ist es mir bei dieser Episode gegangen. Viel Spaß bei Ihren weiteren Erkundungen im Java-Land machen 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 es gut Erkundungen todo erkundige Vielen Dank.